So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit dem Arbat 500. Letztes Video waren wir logischerweise wieder auf dem Bilsterberg, sind ein bisschen geballert, hat ultra fun gemacht. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, dass ihr euch wünschen würdet, dass wir das Ganze in noch kleineren Schritten machen. Ich persönlich finde die Schritte schon sehr klein und ich glaube, wenn wir das Ganze in noch kleineren Schritten machen würden, das heißt als Beispiel nur die Reifen tauschen würden, würde das Ganze wirklich einfach zu lange dauern, bis wir zu dem Ergebnis kommen, wo wir hinwollen. Aktuelle Bestzeit 2 Minuten 11. Mein persönliches Ziel ist es definitiv unter 2 Minuten zu kommen. Das wird sportlich, aber wir arbeiten daran. Als Beispiel, wir sind mit dem X-Bow 1 Minute 55 gefahren. Das heißt, da muss noch ordentlich Bums und Traktion und eigentlich alles rein. So, aber genau aus diesem Grund fangen wir mal mit ein paar Upgrades an. Punkt Nummer 1 ist, ihr könnt euch in dem Video auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Salem kommt zum Bilsterberg. Ihr erinnert euch, Salem, mein Best Buddy bei H&R, Fahrwerkstechniker. Der wird auf jeden Fall mal eine Runde mitfahren und auch mal seine Meinung zu diesem Straßengewinde abgeben. Ich persönlich finde, dass das Straßengewinde schon sehr gut funktioniert. Bin jetzt leider allerdings auch kein Fahrwegsexperte, auch kein Rennstreckenexperte und kann deswegen noch nicht so richtig so ein Feedback dazu geben. Aber wir haben uns überlegt, wir versuchen erstmal mit zwei Sachen, zwei einfache Sachen. Erstmal werden wir an die Vorderachse, hat jeder schon gesehen, 15er Platten montieren. Das heißt, wir gehen mit der Spur weiter nach außen und hoffen einfach so, dass wir die Kurvengeschwindigkeit noch ein bisschen erhöhen können. Punkt 1. So, Punkt 2 ist, dafür muss das Auto wieder hoch, weil wir befürchten, sonst würde er schleifen. Dazu kommt, wir sind jetzt Kotflügelkante Radmitte bei 295 mm vorne. Das ist definitiv zu tief. Da gab es sofort ein paar Abatexperten, die meinten, geht auf gar keinen Fall unter 310 mm, weil dann geht sofort die Antriebswelle kaputt, weil die einfach zu weit abknickt. Das ist auch passiert, rechte Seite Antriebswelle müssen wir noch reparieren. Die hat auf der Innenseite so ein Tripodengelenk und wenn das vom Winkel her einfach zu stark wird, verschleißt dieses Gelenk, kriegt Spiel und es fängt so an zu vibrieren im Antriebsstrang. Deswegen, Auto wird mindestens 15 mm hochgedreht, dass wir bei 310, vielleicht sogar bei 315 mm sind. Dann werden wir auch genug Platz für Distanzscheiben haben. Und jetzt gibt es noch einen ganz einfachen Trick von H&R. Wir wollen noch mehr Sturz erzeugen. Geht allerdings nicht so einfach, weil der Sturzbereich von der Verschraubung schon am Limit ist. Deswegen gibt es aber diese, ich weiß gar nicht wie H&R sie eigentlich nennt, Sturzjustierung. Das ist von denen einfach eine Schraube. Normalerweise wäre dies eine Schraube mit dem Durchmesser. Aber an dieser Stelle sitzt, jetzt muss ich kurz überlegen, an der Stelle sitzt das Federbein. Und jetzt können wir mehr oder weniger durch diesen Exzenter nochmal mehr Sturzverstellung rausholen. Das heißt, wenn man diese Schraube reinsteckt, wird man das Federbein zum Achtschenkel nochmal einen Tucken mehr vom Winkel her größer kriegen, sodass wir den Sturz nochmal erhöhen können. Das Ganze hat natürlich theoretisch zur Folge, dass die Schraube kleiner wird, wie man hier sieht. Das heißt, sie trägt theoretisch weniger. Aber deswegen bekommt man von H&R diese hochfesten Schrauben. Die können das nämlich ab. Das heißt, die werden wir auch montieren und hoffen, dass wir so mit dem Sturz in Richtung 3 Grad kommen, dass der richtig, richtig, richtig schön schräg steht. So, das sind die einfachen Sachen. Jetzt geht es weiter mit einfachen Sachen. Ich habe einen neuen Lieblings-Onlineshop und zwar www.italo-welt.de. Unglaublich, fühlt man sich wie so ein kleines Kind im Spielparadies bzw. im Spielzeugladen. Da gibt es für die Abarths bzw. generell für alle italienischen Autos wirklich alles von verschiedensten Herstellern. Egal ob Domstreben, Querlenkerstreben, Drehmomentstützen, Sturzplatten, alles. Sogar Ersatzteile, sogar Ersatzteile von dem Assetto Kurs. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Assetto Kurs, so heißt er, glaube ich. Das ist dieses arschteure Modell vom Arbat, wo tatsächlich wirklich alles dran anders ist. Das ist alles uniball gelagert und ach, kann man selber mal einklicken, sich angucken, sind wirklich Teile ohne Ende drin. So, da habe ich mir ein paar Teile bestellt von der italienischen Firma DNA Racing. Die bauen wirklich cooles Zeug. Und zwar, wir haben nämlich ein Problem. Jetzt werden einige grübeln und lachen. Nach zweimal Rennstrecke fahren mit dem Arbat ist tatsächlich schon ein Knick im Dach. Das klingt jetzt wild. Da ist jetzt nicht so ein Knick drin. Aber als ich ihn neulich gewaschen habe, sieht man tatsächlich, dass an einer Stelle mitten auf dem Dach sich längs ein Knick nach oben langsam ausprägt. Da ist nichts drunter. Keine Ahnung, wo der herkommt. Es ist auch nichts, was wir irgendwie durchdrücken können. Das ist aber ein Zeichen, dass diese Kurserie leider schon relativ weich ist. Am liebsten würden wir natürlich eine komplette Zelle reinmachen. Alleine weil Punktlosicherheit auf der Rennstrecke nicht zu unterschätzen ist. Das ist aber ein Riesenakt und wir wollen ja auch langsam an diese Thematik rangehen. Deswegen machen wir jetzt erstmal richtig klassisches Tuning. Das heißt, Domstrebe vorne, Domstrebe hinten. Diese stützt sich auch nochmal links und rechts unten ab. Dafür wird wahrscheinlich die Rückbank rauswandern müssen. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann eine Drehmomentstütze. Die sitzt hinten an dem Getriebe. Also die verbindet quasi das Getriebe mit der Achse und hat einfach die Funktion, dass wenn man schaltet und theoretisch der Motor in der Last wechsel ist, das komplette Technikpaket nicht die ganze Zeit hin und her wackelt, sondern mit dieser starren Strebe, fast starr, richtig fest verbunden ist. Die gibt es in verschiedenen Härten. Ich habe mich für die Härte Track Day entschieden. Das heißt, so ein bisschen Gummi ist hier noch drin. Fühlt sich ziemlich starr an, aber ich denke mal unter Last wird sich das noch ein bisschen bewegen. Hat einfach den Vorteil, dass wenn man zum Beispiel auf eine Kurve zufährt oder leicht auf Gas geht, das Ganze vorne nicht einfach immer so hin und her wackelt. Die Punkte haben wir. Nächster Punkt wäre, ebenfalls bestellt, passend zur Vorderachse, zur Hinterachse, sogenannte Sturzkorrekturplatten. Problem bei einer Starrachse hinten ist, dass man den Sturz natürlich nicht einstellen kann. Mit diesen Plättchen kann man es aber. Das heißt, man zerlegt es komplett, nimmt den Achsstummel ab, wo der Achsstummel an die Achse geschraubt ist. Achsstummel heißt so, weil es ein Stummel ist, wo die Bremsscheibe drauf läuft, sprich das Rad. Und unter diesen Achsstummel und der Achse legt man diese Platte. Man sieht, dass die Platte nicht parallel ist, sondern sie hat ungefähr einen Winkel von anderthalb Grad. Das heißt, wir legen diese Platte zwischen Achse und Stummel und schon, jetzt muss man sich überlegen, hier kommt der Stummel ran, hier kommt das Rad dran, wandert das ganze Rad so oben weiter rein. Das heißt, wir haben ungefähr einen positiven, negativen Sturz von anderthalb Grad. Das heißt, wir haben anderthalb Grad Sturz negativ mehr. So, das ist der Plan. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Aber bevor wir das tun, beamen wir uns noch einmal kurz zur Firma Wagner Tuning, denn der Arbat hat nämlich schon einen neuen Ladenluftkühler bekommen. So, wir sind angekommen bei der Firma Wagner Tuning in Dessau. Hallo. Danny nimmt sich heute die Zeit und baut diesen schönen Wagner Ladenluftkühler an unseren Arbat. Beziehungsweise, wie ihr seht, ist er schon dran. Hast du passiert. Kurz dazu, ich muss einmal den Originalen holen. So, in der Kurzform, das war das originale Kühlerpaket. Sieht mächtig aus, kann aber nicht so viel. Tatsächlich teilt sich hier die Luft auf, links, rechts ein Kühler. Bei 135 PS. Und geht dann wieder zusammen in die Drosselklappe. Genau. Was haben die sich dabei gedacht, das so zu bauen? Das darfst du gern die Italiener fragen. Wahrscheinlich, hatten sie Platz. Hatten Platz, genau. Ich weiß es nicht. Und bei euch, wir haben jetzt aber verbaut von euch einen Frontwagenkühler. Für Tube für den Netz. Wir wollen nicht auf alle Details jetzt eingehen, weil es gibt dazu ein wunderschönes Video auf dem Wagner Channel online. Wir blenden genau jetzt mal die Infocard ein, da haben wir nämlich alle Details einmal durchgesprochen. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal einmal kurz zurück zu unserem Anwendungsfall. Software auf dem Auto drauf gewesen. Auf der Rennstrecke schon über 60 Grad gehabt. Ist theoretisch noch im Rahmen. Nicht für uns. So, aber weniger ist immer besser, ne? Natürlich. Um es mal so zu sagen, ne? Dann kann man ja vielleicht wieder nochmal ein bisschen nach oben drehen, bis man bei 60 wieder gekommen ist. Nein, das war's. So, das war schon. Also, A ist eine Frage, wie dicht das System nach 10 Jahren noch ist, so ungefähr, ne? Es gibt viele Anschlüsse, viele Schellen, alles. Die ganze Plastikkühler, das ist ja alles nur so verkrimmt und so, ne? Das ist auch immer nochmal ein Punkt. Hier kann man sich jetzt 100% sicher sein, dass es dicht ist. Und jetzt kommt nämlich der riesen Vorteil für uns auch noch dazu. Original links rechts gewesen, jetzt links rechts Platz. Ich hatte im letzten Video ja schon gesagt, dass wir schon so ein bisschen Probleme mit der Bremsentemperatur hatten nach kürzester Zeit. Und jetzt können wir natürlich perfekt links rechts den Platz nutzen für eine Bremsenbelüftung, dass die Luft wirklich von vorne hier durch von hinten ins Rad geht. Also, mittlerweile kriege ich ja richtig Spaß an diesem Wagen, ne? Weil es ist einfach so praktisch, dass man immer alles mal schnell wiegen kann. Ja, voller Tank, fast seriennahes Auto. Voller Tank ist bei dem Auto immer witzig. Gehen gerade mal 30 Liter, 35 Liter, glaube ich, rein. Zumindest sind bisher noch nicht mehr reingegangen. Und wir haben 1095 Kilo. Finde ich eigentlich immer noch recht viel für das kleine Auto, ne? Meine, klar, komplettes Auto mit Airbags und allem. Aber, ja, leicht ist anders. So. Ich glaube auch nicht, dass man da so viel machen kann. Wir gucken mal. Jetzt ist natürlich das nächste Problem. Dadurch, dass wir jetzt Domstrebe und alles da rein schmeißen, wird das Auto natürlich eher noch schwerer als leichter. Das heißt, wir tun jetzt mal so imaginär, als wenn wir es anbauen würden. So, diese Domstrebe hier, die wird irgendwo da so sitzen vermutlich. Das heißt, der wird da so... Der wird da drin sitzen, so. So kommt die Domstrebe rein. Alter, drei Kilo nur die Domstrebe. Jetzt muss man sich also doch nochmal genauer überlegen. Nochmal Thema Domstrebe. Domstrebe ist eigentlich dafür da. Verbindet links und rechts die beiden Dome. In den Dom sitzt oben das Federbein. Das heißt, jegliche Schläge, die das Rad aufnimmt. Zum Beispiel von den Curbs, Schlaglöchern beim Bremsen und so weiter. Gehen über das Federbein, über das Domlager in die Karosse. Wenn wir die beiden jetzt mit einer Strebe zusätzlich nochmal verbinden. Die mit Absicht ist aus Stahl und nicht aus Alu. Die gibt es auch aus Alu. Aber wenn man schon eine Strebe einbaut, dann will man die natürlich auch so haben, dass sie funktioniert. Und da ist Stahl nun mal einfach fester als Alu. Das heißt, diese Stahlstrebe sitzt am Ende hier drin und verbindet die beiden Dome. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal hinten an. So, also die Strebe kommt hier hinten rein. Das heißt, die Rücksitzbank muss dafür raus. Finde ich aber eh nicht schlimm, weil typische Krankheit bei Arbeit ist. Die Griffe gehen immer kaputt von den Sitzen. Und man kann die Sitze eh nicht mehr umklappen, weil in dem Fall sind tatsächlich sogar mittlerweile beide Griffe kaputt. Das heißt, hinten kann eh keiner sitzen. So, das heißt, wir nehmen jetzt die Rücksitzbank raus. Und dann kommt nämlich hier eine Strebe zwischen. Und die stützt sich unten auf den Aufnahmen von der Rücksitzbank nochmal ab. So, das Ganze müssen wir jetzt natürlich für die Nachwelt festhalten. Wir fangen an bei 1097 Kilogramm und gucken jetzt erstmal, was wir hier alles so rausholen können. Weil eine Sache, die man auf der Rennstrecke definitiv nicht braucht. Fußmatten. Die hier ja eh nur einfach drin liegen. Es gibt tatsächlich Autos, da sind tierisch schwere Fußmatten drin. In dem Fall bin ich mal gespannt, ob sich das überhaupt bemerkbar macht. Oh, hier, Abschleppölse, die muss drin bleiben. Vier Kilo? Okay, natürlich mit Verbandskasten. Das war ein Dreieck. So, jetzt sind wir wieder bei 1097. Das ist tatsächlich so. Zwei Kilo wiegt die Verbandstasche. Vielleicht anderthalb ungefähr. Könnte jetzt alles auch genau wiegen, so wichtig ist es aber nicht. Aber zwei, drei Kilo sind immerhin diese Fußmatten. Die brauchen wir definitiv nicht mehr. Haben sie eh hinter sich. So, okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Und nehmen mal kurz diese Rücksitzbank raus. Mal wieder die Hölle hier bei 35 Grad. Jetzt gucken wir mal. Also wir haben jetzt rausgenommen Rücksitzbank. Passend dazu logischerweise gleich die hinteren Gurte brauchen wir nicht mehr. und genauso unten die Befestigung, wo sie normalerweise ISO fix und so weiter rein kann. Wow. 1071. Das heißt, wir haben gerade 22 Kilogramm aus der Kiste ausgebaut. Hätte ich nicht gedacht. Dann bin ich wirklich waff. So, und jetzt kommt das krasse. Da wir uns ja bisher mit dem Thema Leichtbau bei dem Auto noch gar nicht beschäftigt hatten. Guckt euch das mal an hier. Kofferraummatte. Jetzt haben wir hier sogar so einen fetten Kompressor drin, falls man mal einen Platten hat. Das ist ja Wahnsinn. Das brauchen wir natürlich auch alles nicht. Das heißt, das nehmen wir jetzt auch noch aus. So. Bordwerkzeug. Und? Was ist hier da? Krass. 1068 Kilo. Das heißt, wir haben mal eben 25 Kilo hier hinten rausgebaut. Und es ist ja immer noch jede Menge Zeug so da. Also krass, da geht was. So. Jetzt werden ganz viele von euch sagen, das ist gefährlich, was wir gerade machen. Ist es auch. Weil wir nehmen jetzt Gewicht von der Hinterachse. Das Auto ist eh schon relativ leicht hinten. Wir haben 33 Prozent des Gewichtes hinten. Somit 67 Prozent vorne. Dafür sind die Dinger ja bekannt. Aber in absehbarer Zeit kommt hier ja wiederum noch eine Zelle und so ein Zeug alles rein. Das heißt, es muss am Ende eh raus. Und genau dafür ist ja diese Videoreihe da. Wenn wir jetzt merken, dass das Auto auf einmal extrem hecklastig wird, dann werden wir vor Ort auf der Rennstrecke einfach wieder Gewicht reinlegen hinten. Zur Not wirklich hammerhart so ein 20 Kilo Sack. Weil das ist das Coole. Wir können es halt einfach testen. So. Jetzt schmeißen wir nochmal einmal das ganze Zeug rein, was rein muss. So. Die Strebe kommt dann übrigens so rein. Links und rechts. Und oben wird es dann nochmal verbunden. Und wieder vier Kilo rein. Nicht wenig. Aber okay. Mir reicht es jetzt auf jeden Fall hier in der Sonne. Das Ding muss ab auf Hebebühne, Spurplatten, Fahrwerk hochdrehen. Und dann geht es hoffentlich auch schon auf den Bilzer Berg. So. Wir sind angekommen auf den Bilzer Berg. Wir gucken jetzt einfach mal erstmal langsam, wie das Setup so fährt. Und fahren nach ein paar Runden raus und müssen auf jeden Fall Luftdruck checken. Also es wird nicht zu wild, Maxi. Wir werden sehen. Du warst ja doch einmal mitgefahren, ne? Ja, ganz am Anfang. Aber noch nicht auf den letzten Turns. Ja, Salem ist auch schon da. Ihr kriegt gleich eine kleine technische Erläuterung, was wir bisher jetzt gemacht haben. Aber erstmal fahren wir jetzt zwei, drei Runden und machen die Reifen ein bisschen warm. Und versuchen einfach mal ein bisschen reinzukommen. Auch sportlich hier ohne Festhalt, Leute. Aber brauchen wir auch nicht, ne? Ja, wir gehen das langsam an. Hörst du aber gleich den Ausfuhr für die Mehrheit? Ja. Jetzt kommen schon die ersten schnellen Autos, die lassen Leute irgendwann mal durch. Und jetzt kommt der Abad schon gar nicht mehr aus dem Park. Das ist halt wirklich das Krasse. Du brauchst auf dieser Strecke nicht langsam fahren, ne? Weil du sofort viel zu langsam bist. Man muss wirklich sofort Gb mehr. So, ich merke auch unseren Laptimer haben wir vergessen. Mhm. Aber das können wir immer noch machen. Können wir gleich dran machen. Ich hasse diese Stille eben. Ja klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einfach noch guter steuern auf jeden Fall. Ja. Hier, finde ich, merkt man jetzt sofort den Ladenskühler. Man fühlt schon deutlich mehr Speed. Was buckelt da so? Ja, das sind die... Ich befürchte, dass das Radlager vorne ist. Okay. Jetzt kommt der Klaren hinter uns. Das machen wir mal durch. Ja, das ist entweder Welle oder Radlager im Arsch. Jetzt haben wir hier ein bisschen Vertrauen zum Auto bekommen. Ne, ich fange schon eher an zu viel zu schalten. Jetzt fahren wir lieber alles im dritten. Jetzt laufend mal vom Radical. Jetzt fangen wir mal durch. Jetzt fangen wir mal durch. Das dauert gar nicht. Das dauert gar nicht. Jetzt fangen wir mal durch. Das ist doch heute wieder eine entspannte Runde, oder? Hier denkt man immer, dass man zu spät ist, aber das muss leider so. Ich hatte gerade das Gefühl, er könnte noch später tatsächlich. Bremsen? Ja, aber du merkst unter dem Fuß nicht, wie quer die beim Anbremsen schon stehen. Die stehen schon schwer quer da. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht hochschalten. Das können wir im dritten durchziehen. Der Porsche ist schon sehr gut. Woohoo! Das war ein bisschen besser. Also man merkt auf jeden Fall, dass wir deutlich mehr hinten einlenken. Das ist ja eigentlich schon das, was wir erreichen wollten. Das macht es natürlich auch umso schwieriger zu fahren. Hier hätten wir jetzt gesagt, dritte Gang stehen lassen. Anstrengend. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Schön hier. Ja, das waren die ersten paar Runden. Jetzt gucken wir uns mal den Luftdruck an. Neben Salem. In Begrüßung. Und dann werde ich mit ihm mal eine Runde knallen. Mal gucken, was der Experte so sagt. So. Wir haben heute sogar tatsächlich mal unser Thermometer gedacht. Und gucken jetzt einfach mal, was der Reifen hat. 67 Grad. Wow. 70 Grad. Und sogar über 80 Grad. Das heißt, innen wird der Reifen viel, viel wärmer. Klar, wir fahren natürlich auch einen recht hohen Sturz. Aber trotzdem sollte natürlich nach Möglichkeit die Reifentemperatur auf der Oberfläche immer gleich sein. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal, was das Ding an Luftdruck hat. 1,9. Okay. An der Stelle muss man jetzt einfach dazu sagen, ich bin kein Experte in Sachen Luftdruck. Wir holen uns mal kurz ein paar Tipps, ob wir jetzt mit Luftdruck hoch oder runter müssen. So. Salem ist auch angekommen. Hi. Wir haben uns ja eigentlich gerade noch gesehen bei Wielers, ne? Richtig. Aber jetzt geht es hier weiter. Jetzt geht es hier weiter. So, wir waren letztes Mal, da haben wir hier auf dem Bilzerberg schon eine Runde Expo zusammengefahren. Krass, ne? Ja, mega. Also ich hoffe, du bist nicht zu sehr enttäuscht, wenn wir gleich mit dem Arbeit losfahren, ne? Nein. Ich denke nicht, aber das Auto war schon... Weil das Ding fährt richtig, richtig, richtig sicher. Ja. Du wirst du gleich merken, hier fährst du... Ist halt einfach auch so, weil das ein untermotorisiertes Fahrzeug ist, ne? Da fährst du ja automatisch dann immer... Du willst ja dann automatisch schneller fahren, weil einfach Leistung fehlt, ne? Ja, und vor allem die anderen drängeln ja auch, ne? Warte auf. Wir haben gemacht. Eure Sturzkorrekturschrauben drin. Genau. Haben vorne mehr Sturz, haben hinten über Korrekturplatten mehr Sturz. Was ich persönlich finde, was man sofort merkt, ist, wir haben jetzt hier eine Domstrebe dahinter. Ja. So. Und hinten drin... Ist übrigens sehr schön aussieht, muss man sagen. Hinten drin haben wir auch noch diese dezente Strebe. Die sieht echt gut aus. So, und ich habe gleich das Gefühl beim Losfahren, dass das Auto auf jeden Fall ein bisschen stabiler ist. Ja. Ja gut, die Karosserie kann ja nicht mehr in sich so viel arbeiten, ne? Ja, klar. Wir haben es jetzt definitiv so, dass das Auto mit der Hinterachse wieder mitlenkt. Ja. Was natürlich erstmal wieder anstrengender und schwieriger zu fahren ist. Genau. Wir haben eben gerade mal gemessen, die Reifen sind tatsächlich, haben 70 Grad. Mhm. Aber auf der Innenkante sogar 80 vorne. Wegen dem Sturz. Du hast natürlich die Auflagefläche innen deutlich höher wie außen. Ist ja klar. Ist das... Kriegt man das weg über den Luftdruck oder muss man jetzt einfach so akzeptieren? Du kannst natürlich durch die Spur das Ganze so harmonisch einstellen, dass das gleichmäßiger wird. Aber da du ja jetzt auf der Vorderachse, wenn man jetzt schon mal so die Linie sich mal anguckt, dann sind das ja außen vom Blick her schon 300 Grad. 300 Grad. Sturz, ja, ja. Und die brauchst du ja mehr oder weniger auch hier bei so einer kurzen, giftigen Strecke. Aber ich sag mal, über die Sturzeinstellung kann man das schon harmonischer gestalten. Ja, ja. Dass der Temperaturaufbau und das Rückniveau halt harmonischer ist, wie jetzt halt konzentriert und starr. Also du kannst ja über die Einstellung beeinflussen, ob du den Reifen kaputt fährst oder ob du den halt langlebiger fährst und halt das Handling und die Performance. Also interessant ist jetzt auf jeden Fall schon mal, wenn ihr für einen Michelin Pilot Sport 4 eine Maximaltemperatur habt, könnt ihr uns die auf jeden Fall schon mal in die Kommentare ballern. Da hat bestimmt der eine oder andere schon mal Empfehlung gemacht. Mein Bauchgefühl sagt mir 80 Grad schon zu viel. Das kann der eigentlich gar nicht, glaube ich, der Reifen. Es ist schon hoch. So. 1,9 Bar Luftdruck haben wir jetzt rundum warm. Ja. Würde ich auch erstmal so lassen, weil es fuhr nicht schlecht. Genau. 1,9 ist schon mal nicht schlecht. Du bist wahrscheinlich kalt, deutlich weniger gestartet. Ja, klar. Was hast du da drauf gehabt? 1,5 ungefähr. Ja. Ja, das ist halt ein Randtasten und ein Arbeiten und halt einstellen. Das Auto wächst da jetzt mit dir. Das heißt, wir müssen jetzt überall an den Schrauben drehen, an den Parametern anpassen, dass das Auto immer starten und funktioniert. Das Blöde und Schlechte an dem Auto an sich ist halt die Starrachse. Die Hinterachse ist halt leider nicht so wirklich gut. Die müssen wir jetzt gut machen. Ja, man merkt es auch beim Einbremsen. So. Also, zumindest wenn du schnell runter, also was heißt schnell runterbremst? Eigentlich bremst du immer gleich schnell. Aber wenn du von viel kmh lange runterbremst, dann merkst du halt, wie er immer immer mal leichter wird. Ja, genau. So ein kurzes Ruckartiges ist gar nicht so schlimm. Aber Ende, Start, Ziel. Ich will nicht wissen, wie viel Grad das Ding eigentlich schon immer… Ja, das Heck wird leicht. Das ganze Gewicht ist vorne. Du bist halt voll auf der Bremse. Er hebt sich an. Und dann natürlich klar die Starrachse, die jetzt nicht so super schlecht sein muss, aber in dem Fall leider nicht Pro ist. So, ich würde sagen, wir ballern mal eine Runde. Ja. Ey, die App ist geil, ne? Ich habe sie immer ein bisschen reingelesen. Die ist echt top. Kann man echt viel mitmachen, ne? Ja, was kostet? Ich glaube 20 Euro. Ach geil. Du kannst doch Nürburgring und so einstellen. Ja, ja. Was halt dämlich ist bei dem Auto, haben auch viele geschrieben, noch weiter ans Lenkrad. Das Problem ist, du kannst das Lenkrad aber nur in der Höhe verstellen, nicht rein und raus ziehen. Das heißt, guck, ich bin mit den Füßen eigentlich schon viel zu… Was du machen könntest, wäre so ein ganz flaches Sport, etwas hier zu eng dran. Was hier sitzt, ne? Ja, ich bräuchte es eigentlich noch viel mehr zu mir. Ja, dann bist du viel weiter raus. Ja, klar. Hast du denn jetzt schon mal eine Zeit gerissen gerade? Bist du schneller? Ja, also wir sind zu zweit gerade immerhin zwei Minuten zwölf in Höhe gefahren. Beim letzten Mal zwei Minuten elf in Höhe. Also ein zehntel langsamer, allerdings auch zu zweitem auch ganz sauber rum rein. Das muss man jetzt leider in den Linksporn akzeptieren. Zum Glück sind es nicht so viele. Wenn es wichtig bei dem Auto ist, man braucht eigentlich auch wieder fast gar nicht schalten. Okay. 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 Also ich merke sofort, die Reifen waren davor viel zu warm. Ja. Also die funktionieren jetzt gerade viel, viel besser. Also ich sag, die haben nur zwei, drei Runden, wo die so funktionieren. Ja. So, hier habe ich früher geschaltet. Das lasse ich jetzt auch immer. Die Reifen über dritte drauf stehen. Ich bin jetzt relativ sicher. Also ich habe gar nicht so das Gefühl, der hat so instabiliert. Nee, nee. Jetzt gerade geht es auch gut. Ich merke selber auch jetzt beim wieder losfahren, dass die Reifen mit ihren 80 Grad definitiv schon am Limit fahren. Ja. Aber macht schwarz. Ja, die Ruhe ist immer ein bisschen eklig. Da muss man schon ganz rauslegen. Aber er liegt ein bisschen gut. Jetzt gerade habe ich auch ein sicheres Gefühl dabei. Ja. Aber jetzt achten wir gleich beim Anbremsen. Ja. Dann wird wahrscheinlich das flexig annehmen. Und dabei bremse ich noch nicht mal richtig stark. Ja. So, hier fehlt halt voll ein bisschen Leistung. Ja. Da merkst du ja das also kurz. Und dann könnte es schlapp sein. Du hast gemerkt, wie er in sich gekippt hat? Ja. Jetzt merkst du auch, wie die Reifen jetzt langsam schon zu warm werden. Das wäre aber ein Indiz für keine optimale Achseinstellung. Wenn der Reifen sich schon nach anderthalb Punkten so aufheizt, dann kannst du das auch willkommen mit einer Achseinstellung kompensieren. Also auf übergegenarbeiten. Die Kurve, die jetzt gleich kommt, dann wird er ganz kurz instabil. Welche? So, das ist ein Dachbär hier. Jetzt ging es. Alles war schlimm. Du musst halt aufpassen. Hier zum Beispiel hätte ich gedacht, dass du hier vom Gas gehen musst. Aber das ist so schick durch. Aber für ein Straßengewinde fährt das hier doch schon ordentlich. Guck mal hier. Du hast eine Starrachse. Du hast den nächsten kurzen Randstand. Ziemlich hohen Schwerpunkt. Ja, oder so eine Grundschule. Aber dafür geht er trotzdem kurz weg. Leistung, hier fehlt Leistung. Aber Stabbis machen Sinn. Merkst du auch wieder so. Ja, ja. Die brauchen wir. Hast du das gemerkt? Ja. Zieht aber trotzdem gut mit. Also Stabbis ist Pflicht. Definitiv. Die Passage macht das, dass er tut, finde ich. Er hätte ich gedacht, dass er sich aufzählt. Guck mal, er läuft richtig mit. Das Gefühl quietscht auch von allen vier Rädern gleichmäßig, ne? Ja. Nicht nur die vorderen, die nur quietschen. Er haut neutral ab. Ja. Der Steuern ist da relativ in der Waage. Klar, das Heck ist leicht. Aber er läuft der Vorderachse hinterher. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, er pischt die aus. Macht er aber nicht. Man merkt auch richtig, wie er so aufkommt. Und wie er... Genau. Er will sich immer fangen. Er will immer der Vorderachse hinterher laufen. Deswegen sagt man auch, du machst bei dem Auto die Vorderachse besser als die Hinterachse. Ich schieb immer alle vier ganz neutral rüber. Also ich bin von der Querbescheuung ja schon am Limit vorm Sitz. Also ich halte mich schon mit dem hinten am Link grad fest. Dass ich halt nicht außen sitze. Ja, vielleicht kann man schallen auf jeden Fall. Aber schau doch mal, wie schnell. Aber nur schnell. Oh, das ist gut. Das ist wie bei dem Auto auch fast mehr anstrengend. Ja, klar. Da muss man ganz gefühlvoll in der Mitte durchlenken. Ja. Sonst wird das Ansteller gefährlich. Sagt immer das Gefühl, im Auslauf haut er ab. Ja. Macht er nicht. Sobald man versucht, sie ein bisschen stärker zu bremsen, unterscheuert er sofort. Auch schneller, ne? Ja. Ich habe das Gefühl, ich fahre immer noch, man kann viel gerade durchfahren. Das prob ich nur nicht. An tasten. Aber hier versucht man mehr Schwung zu nehmen. Größer zu fahren. Jetzt von der Bremse. Nicht schon lange. Außen, 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 außen. Gas, Gas, genau. Ist die ganze Zeit voll Gas. Ich hoffe, es ist noch klar, oder? Ja, ich bin schneller. So. Komm schon ein bisschen besser mit der. Ja. Dann bin ich auch mal wieder weiter. Wo sind's gerade? Ja. Dann bin ich auch mal wieder weiter. Wo sind's gerade? Ja, das ist gut. Das ist aber gut. Du musst den Sprügel richtig mitnehmen. Ja, was ist ja gut. Huch! Wichtig! Richtig! Wichtig! Ja, sehr gut. Läuft doch. Bleib lassen. 2 Minuten und 12,67. Wieder 12, siehste. Versuch mal dahinten bei dieser Uhr früher von der Bremse zu gehen. In dem Moment, wenn ich über die Gruppe kommen muss, muss ich auch gestern, dass die Vorderachse zieht. Genau. Hier versuche ich jetzt mal früher von der Bremse zu gehen. Jetzt. Gas, 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 Gas. Der haut nicht ab. Wo hast du noch Platz? Guck mal. Man kann sich schon viel mehr mitnehmen. Aber das Ding macht Bock. Und der läuft gut. Guck mal, du musst überlegen. Wir fahren einen Straßengebüde. Guck mal, wie schnell und sicher wir hier fahren. Und das ist das, was ich immer sage. Und, äh... Natürlich kann so ein Rennfahrwerk haben bis der Arzt kommen. Du bist noch deutlich schneller. Aber das ist ja hier ein Kompromiss mit Gutachten für Alltagsgenau. Und Runde für Runde auch konzerte Zeit halt. Ja, genau. Ja. So, also was ich eben gerade schon mal gesehen habe. Das ist die einzige Kurve, wo das Heck... Doch, wenn du nicht hier über die Curbs fährst und außen bleibst, wird das Heck instabil. Du musst hier über das... Über das Körb fahren. Über die Rechenseite komplett. Ja, ich glaube, wir kommen langsam auch mal an die Grenze von den Reifen. Ja. Kannst du die Temperatur checken? Ja. Also von außen. Wir müssen das Auto richtig vermessen. Definitiv. Ich glaube, das Auto ist durch die... Durch deine Einstellerei mit dem... Mit dem Sturz Korrekturschrauben, mit dem Sturz an der Hinterachse, steht er jetzt so, dass die Reifen zu schnell Temperatur bekommen. Du kannst anhand einer Spureinstellung wirklich dafür sorgen, dass du die Reifen kaputt fährst. Mhm. Oder auch die gleichmäßig Temperatur aufhören. Fünf Minuten und 0,62 Sekunden. Also ich würde behaupten, wenn wir den gleich richtig perfekt vermessen bekommen, ohne eine Sekunde. Okay, wir fahren mal rüber zu den Jungs von Classic und Speed. Es ist tatsächlich so, das Ding steht komplett krumm und schief. Wenn man dann auf Vorspur fährt, macht man das doppelt so schlimm. Das ist da. Ja. Das ist wohl das. Alles gut. Ich brah. Für alle zwei zwei Meter werden wir da. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche sie zu. Ich brauche sie zu.